Jetzt läuft auch beim Bauerhaus eine der Wässerungen. Wir haben hier einen Mobilien und Sprenkler gekauft, der hier unser Blumenfeld bewässert. Speziell hier frisch gesärte Sonnenblumen. Und wie funktioniert das? Das zeige ich euch mal. Das alte Bucher-Druckpass ohne Pumpe haben wir im Riccardo ersteigert. 3 Kubikmeter. Und dann haben wir auch im Riccardo gekauft, diese Pumpe, die kommt von Deutschland. Und dann mussten auch noch verschiedene Anschlüsse gemacht werden. Übergangsstücke. Und hier ist die Dichte. Dieses Stück hier muss dann noch besser gemacht werden. Und hier ist die Dichte.